Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagten Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht! Wollen Sie mir, Fegelein! Das könnte der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sich erschießen will. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da. Wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar! Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Der November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen. Keiner! Der Führer ist der Führer! Der Führer hat die Fassung verloren. Er wird sich wieder fangen. Na prächtig! Und wenn er sich gefangen hat, wie geht es dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten! Ich verbitte mir diesen Ton! Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zuhänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt! Er will uns einfach rausschmeißen, wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet! Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie! Ein Orpotonist! Ein rücksichtsloser Karrierist! Wie bitte? In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. So not mit Zivilisten. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einheit zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich. Wenn ich diese Schlacht gewinne, dann verspreche ich mir davon, nicht für meinen persönlichen Namen, nicht für meinen persönlichen Ruhm. Es ist für die Geschichte. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. In fünf Jahren, spätestens, wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Und den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht. Untertitelung des ZDF, 2020